Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ganz viel KST-Beats. Ich will mir mal unbedingt neue Musik reinmachen, allerdings ist das echt schwierig Musik zu finden, die Gamer-frei und auch Lizenz-frei ist, also für die ich nicht bezahlen muss. Äh, das ist echt scheiße schwer, da was zu finden, was dann auch annähernd irgendwie zu Minecraft passt. Da muss man sich gut umgucken. Und immer diese Standardmusik finde ich kacka. Ja, kacka ist das. Ja, ich bin dann dafür, dass wir jetzt mal ein bisschen Koblenz-Stone fahren gehen. Jetzt wo noch Tach ist. Tach, ne? Ja, Tach. So, wo waren die? Da ist sie. Da war ja die eine Mine. War die hier? Ja, da war die. Und da waren wir noch nicht? Fragezeichen. Das sieht so aus, als ob wir da noch nicht waren. So, vier Fackeln, vier. Das hört ihr jetzt in Regen, ne? Scheiße, meine Herren. Ist ja Sinnflut hier. Nee, nee, bitte, please. Oh Gott. Ah, 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 ah. Puh. Hä? Hä? Ich will nicht. Habe ich irgendwie Kohle dabei? Ja, ein bisschen. Oh Mann. Ah. Puh. Alles nochmal gut. Alles gut, Stefan. Alles gut. Alles gut. Das Wasser macht mir Angst. Das war letztes Mal auch bei Wasser, wo wir gestorben waren. Das muss ich jetzt erstmal ausmachen, sonst komme ich hier nicht schnell zurück. Ah, so. Aus. Ich mach's mal so, dann kann ich im Notfall noch das wieder anmachen, wenn ich verfolgt werde. Haha, ich bin so ein schlauer Mensch. Das ist auch nicht so lang hier, ne? Puh, Glück. Okay, ich werde nicht verfolgt. Ich werde nicht verfolgt. Ich habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass da trotzdem irgendwelche Viecher spawnen, wenn ich den Rücken... Habe ich das jetzt eingesammelt? Ja. ...den Rücken zukehre. Das sind aber echt extrem wenig Viecher. Ich mach mal hier ganz Pause und mach mal die Höhlen-Playlist an. Sieh auch mal ein bisschen lauter. Ich höre nämlich... Ich mach sie mal ein bisschen leiser. Ich höre nämlich vor lauter Regen gar nichts. Höh. Ah, nee, nee, nee. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Äh, ne, ich geh mal oben lang, ne? Ich geh mal oben lang. Das ist, äh, da lang. Da ist oben. Da war ich schon. Da war ich schon. Das sieht so aus, als ob hier Sackgasse ist. Aber ich kann ja trotzdem mal das... Äh, 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 warum mache ich das so kompliziert? Äh, 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 oh, scheiße. Hm, ja, äh, Kohle brauchen wir dann auch noch. Da haben wir jetzt nicht mehr so viel von. Äh, die ist irgendwie abhandengekommen. Aber das sieht so aus, als ob der Ende ist. Jawohl. Ja, äh, jetzt twittert hier, äh, zum Baby bekloppt. Das ist aber auch nicht gut. So, ein bisschen. Bitte sei dahinter nichts. Hä, hä, hä. Viel zu viel Panik. So, okay, das scheint nichts mehr zu sein. Wir können, wir gehen dann einfach mal in eine andere Richtung. Äh, äh, in welchem Part sind wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Hier haben wir wieder Kohle. Äh, weil... Und dann weiß ich, ob ich, ob ich... Also, wenn jetzt zu wenig Parts, ne, das wäre ja peinlich. Ich muss so lange überleben wie möglich. Ähm, aber... Ich muss ja auch in eine Höhle. Oh Gott. Oh Gott, das ist so schlimm im Hardcore-Modus. Ich, ich hab Angst. Ah, hier ist schön viel Kohle. Und hier ist erstmal sicher. Erstmal. Ich find, aber gut, dass hier so wenig Monster sind. So. Schaf. So. Okay. Alles, alles gut noch, ne? Alles ist noch gut. Also, Höhle im Hardcore geht ja gar nicht, ey. Ja, wie ja. Was war das denn? Ja, Nerz... Herzklabaster. So. Kuppelstone. Wir wollten ja eigentlich nur Kuppelstone holen, ne? Eigentlich wollten wir nur Kuppelstone holen. Hier muss ich auch mal ausleuchten. Das sieht mir viel zu dunkel aus. Dann gucken wir mal, wie das Wetter... Ach, das Wetter. Die Sonne steht. Die Sonne steht auf... Ich geh jetzt mal unter. Aber gut, dann gehen wir mal... In die Höhle. Oder in die Hölle, je nach... Essen. Äh, je nachdem. Immer essen, Stefan. Immer essen achten. Immer das Essen achten. Leg ich schon mal einen Finger auf das Schwert. Es ist auf jeden Fall hier irgendwo. Oder auch nicht. Es ist so schlimm. Ach du Scheiße. Nö. Könnt ihr vergessen. Mache ich nicht. Hier ist aber viel Eisen. Sowas ist in Ordnung. Fuck! Zwei Creeper! Holy shit! Trau ich mich? Warum rennt der denn immer da in die Ecke? Wie oft muss ich den treffen? Ach gut. Da war noch einer, oder? Ah, guck mal. Im Dunkeln hat der sich versteckt, der Arsch. BAM! So. Haben wir. Noch jemand? Der einen auf die Fresse will. Ja. Das ist viel zu dunkel. Ja. Das ist viel zu dunkel. Bitte eine andere Musik. Ja. Die ist anders. Okay. So und jetzt können wir hier in Ruhe. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Fuck. Und es ist jetzt bestimmt Nacht draußen. Okay. Jetzt. Mist. Aber ich kann mir eine Workbench bauen. Hab ich Eisen dabei? Ja. Aber nichts. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja gut, dann muss ich mir jetzt eine Steinspitzhacke basteln. immer schön mit dem Blick nach da hinten. Ob da nicht irgendwas angekrochen kommt. So. Untertitelung des ZDF, 2020